Und Rechtsklick Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu dem neuen Video Wir haben wieder ein Pack geschenkt bekommen Ich habe Stufe 4 Boni bekommen, das heißt ein ultimatives Pack Wir schauen es uns direkt mal an Das hat jeder von euch bekommen Irgendein Pack hat jeder von euch bekommen Das heißt nicht, dass jeder von euch ein 125k Pack bekommen hat Aber irgend sowas, seltene Megapacks, Goldpacks, irgend sowas Je nachdem, was ihr von der Stufe habt Ich habe Stufe 4 Boni, das ist das höchste Dann gibt es logischerweise Stufe 3, 2 und nochmal Stufe 1 Boni Was ihr bekommt, das kommt darauf an, wie oft ihr euch anmeldet ineinander Also an wie vielen Tagen ihr aktiv FIFA spielt Umso aktiver ihr spielt, desto höher ist die Boni Wenn ihr durchzockt, kriegt ihr Stufe 4 Und je nachdem, kriegt ihr immer weniger Ist ein ultimatives Pack am Ende geworden 30 Goldkarten, ihr wisst, wir machen das Ding jetzt auf Ich hoffe, ein Walkout, wir haben einige gute Karten dabei Ich könnte aber auch ein bisschen was SPC-Futter gebrauchen 85er, 86er so in die Richtung Ich will noch ein paar SPCs zum Schluss von FIFA abschließen Das ist ein Walkout, wichtig Äh, das ist eine Tots Brasilien ZDV, scheiße Oh man, diese scheiß Brasilien Wer ist es? 86er Iago, okay, ist nicht so krass Das gebe ich auf jeden Fall in der SPC mit ab Dahinter kann, kann dahinter noch was sein Ich hoffe mal ja Irgendwas SPC-Futter Oh, ja man Okay, das ist gut, Jungs 95er Morata, sieht gut aus Geil, okay, ich bin zufrieden Also das Pack ist jetzt nicht so ultra krass, ja Ein 86er, dafür noch ein 95er Ja, der Rest ist halt Das wird komplett alles abgegeben in irgendwelchen SPCs Aber an sich bin ich zufrieden Gab es geschenkten Walkout Also zwei Walkouts darunter Ein 95er Den kann man sogar noch spielen, oder? Vier Sterne, beide ist nicht so krass Aber 94 Tempo, 97 Schuss 95 Tripling und 91 Pass Nehme ich auf jeden Fall mit Das war mein Pack Was habt ihr aus deinen Packs bekommen? Habt ihr schon aufgemacht? Wenn nein, dann geht in FIFA rein Macht ihr auf Lasst ihren Daumen nach oben da Und dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald zurück Hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA Video Bis dann, haut rein Aber nicht ins Gesicht Denn das tut weh Das ging aber schnell vorbei Muss ich jetzt schon gehen Dann sag ich schnell Dippe Dippe Dapp Ade, auf Wiedersehen Hey, wir sehen uns wieder Wir tanzen, spielen, singen Lieder Wie, Flo, Platsch Und machen ganz viel Quatsch Gülle, Gülle, dasi, Danja Adios und Tschö Sayonara, Yasu, Tschö Bye, bye und Adieu